und damit moin zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem weiteren video und ja diesmal zu einer runde von gar dick phone zusammen mit dem niebex was geht leute ich esse bonbons der black knight hallo hallo und auch erneut der juggelpon servus zusammen habe es leider nicht geschafft im pc zu zerstören sehr schön gut würde ich sagen in eine weitere runde schreibe einen satz einfach irgendwas hinschreiben muss nicht aussprechen muss muss ja später gucken wir einfach irgendwas was dir das einfällt so zu dem satz hier das ist ja ein vorbefächter den kannst du so benutzen oder den eigenen ja keine ahnung alter er hat einen satz geschrieben fertig ich auch danke okay ich hab's auch ich habe mich noch ein bisschen am schon vorgegebenen ich glaube ich habe meinen satz ist falsch richtig falsch geschrieben so von der grammatik aber ja ach du scheiße ach das muss ich jetzt zeichnen oder was genau jungen jesus christ okay 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 ich habe mich endlich von wem der von wem das wort beziehungsweise der satz kommt ja ich glaube ja so so kann man es vielleicht interpretieren das ist so scheiße gezeichnet ich glaube bei mir wird man gar nicht erkennen was das war ach du scheiße okay das ist mega gut hier ja wer hat sich diesen satz ausgedacht ja was ist also bei der person sind uns glaube ich klar oder das ist ja klar einer hat noch nicht einen dort zu ende gemacht so easy going oha digga diesen satz nicht jetzt hier willkommen auf der weihe das ist ja fast 1 zu 1 der gleiche satz kann ich eigentlich auch das kann ich auch heftige sache wollen wir einfach keine arbeit machen na gut er ist doch lieber plant gezeichnet naja was willst du machen wieso mache ich es mir eigentlich wieder so kompliziert ich weiß es doch ich habe ehrlich gesagt keine arbeit machen soll aber es war schon mega close als was ich vorhin gezeichnet habe jungen skribbel kann ich viel besser zeichnen ja das ist wirklich so ja ja um noch mal gesagt zu haben das war die idee des jugglefunks nicht weiter wir müssen wir müssen unsere kreativität an ihre grenzen bringen ich habe keine kreativität ja wie kachzeugraub keine scheiße was ich sagen ne nicht fertig ja ja wie jetzt ich ja mach die mona lisa nach keine sorge die mona lisa höchstpersönlich so wie bei mir im skribbelvideo man hat niemand diesen scheiß vorkassen ja keine ahnung das ding ist over ich mach mal einfach ne das wird auch vorgelesen also ihr müsst es nicht vorlesen ach danke ich muss nicht vorlesen endlich kevin minialiert nüsse durch die nase woher wusste ich woher wusste ich oh da fang ich schon an zu sabbern wenn ich dran denke oh digga oh kevin legner wiii jo chillig digga black knight ist von mir so ein mona lisa zeichner okay das ist wirklich so ein junkie raucht nere wonne ey ist gut ist gut oh ok wieso bin ich jetzt auf fließen kevin ist am inhalieren von stoffen oh yeah they tell me i'm a bad boy all the ladies look at me and act call eiltspanzerhof ja digga was braucht der digga digga was kevin ist in der wwe finale live dabei das ist einfach auch wieder der selbe schaff ja so was tun wir das eine legende streamt wie er jemanden umhaut na julio was war das alter krankenhaus ja keine ahnung ich hab vorwie gut gezeichnet schon digga ja und und blänkt vorwie der beste zeichner auch wenn wir ins kribbel dabei sind ey junge ist ja voll ja krankenhaus ja warst ne wenig auch von wie es geht wunderschön wunderschön keine mühe ey aber wenigstens eck erstmal das ok heut Spaß Jahrhund ne extern ne ich schuld ja wir gehen an die geschichte zu schreiben digga oh junge soll das ein satz sein oder es kann so oder wie haben geht es es geht relativ lang also man kann schon einen ganzen satz schreiben okay okay weiß ich weiß wie viel man da schreibt egal oder warte maybe schreibt man das so nein kann nicht mehr schreiben ist denn das ja ich kann kein deutsch ich wollte noch was besseres machen jodiger was soll ich jetzt machen du musst das ding weiterschreiben ich habe fertig wir haben jetzt alle das gleiche weil das der wieder stehen was wir weitermachen müssen keine ahnung ob die das mit 300 km h für 300 km h ich kann das schreibt man so der gast ist so dumm seid ihr schon fertig ja was ist das wenn man die steuerheit nicht kennt ist macht einfach keinen sinn der bruder da stehen zwei wörter was soll ich damit anfangen jetzt mal ohne witz so dann hast du meins müssen wir es am ende nicht zeichnen ich hoffe nicht sehr egal ja besser ist mir nicht ich habe eine ganz tolle antwort gegeben das ist grauenhaft burger king mitarbeiter wird von kevin belästig der mitarbeiter holt ein schläger raus und will kevin komplett umbringen warum monte fährt auf der autobahn mit 300 km h in seinem lambo dann hatte monte einen umfall gehabt gegen knossi bameninggong chink chong ping pong es war einmal ein kevin der seine youtube kreire begonnen ha er hatte den traum dass er einmal ganz berühmt wird und würde daraufhin aus seiner wohnung gemessen sein hauptbar beobachtet alles während er musli ist zu füren ach ich kenne doch schon den titel degen Kevin würde aus der wohnung geschnitten würde würde ja die ganze gesamte würde aus der wohnung geschnitten Eine Legende läuft nach Hause und ist überfordert. Er fragt einen Kracki nach dem Weg und wird abgestocht. Die Polizei kommt und verhaftet ihn. Und steckt ihn in den Knast. In den Knast, Digga. Let's go. Aber mit meinem Alter bin ich mit meinem Nachbarn auferstet, während der Müsli ist. Er wird aus der Wohnung geschmissen. Geil. Jokeypong, die gerade direkt waren über drei, ich und Werner so. Er hat begonnen mit der neuen Karriere. Da fragt er, er wird berühmt, komm bitte aus der Wohnung geschmissen. Der hat den Vermieter davon mitbekommen. Kein Bock mehr an. Raus mit der Fiege an. Was ist das? Du bist der Scheiße, das ist hier noch mal eine Irre in der Wohnung. Geil. So, next round. Ja komm, eine geht noch, eine geht noch. So, weiter geht's. Ich starte. Ist das eine Indie oder so eine grobe Skizze? Man kann eine grobe Skizze machen. Man kann eine grobe Skizze machen. Ich glaube, wir machen alle schon ziemlich etwas Identisches. Mehr oder weniger. Ey. Ey Jungs, ich hab einen Hasen-Gluchten bekommen. Die Zeit. Nein, bin ich fertig geworden. Egal. Ach, ich hab schon mal so was darf. Was ist das? Ist das ein Elimonati-Dreieck? Was ist das denn? 9-11 oder was? Ja, Junge, ich weiß, 9-11 ist egal. Wie, ach, ich soll hier zeichnen oder was? Ja, ja. Ich verfolge ich ständig das. Ja, ich kann aber nichts machen. Ach doch, jetzt. Ja, stark. Äh. Ja. Äh, gut. Warte. Äh. Ja. Was zum fuck? Was zum fuck mach ich hierher? Ey, ey, das Ding ist over hier. Da ist nichts mehr zu retten. Was mach ich hier eigentlich, Digga? Ich mach's nicht mal mit einer Ahnung, die einfach so ummehlt, Digga. Da ist einfach so ein Dreieck-Digger und auf einmal mach ich hier irgendwas komplett anderes. Ah, warte mal. Digga, das ist so dumm. Digga, deine Lache erinnert mich gerade an Farid Bang, Alter. Wessen Lache? Digga, Unglug, er ist Farid Bang. Wer, wer? Ey. Wer ist Farid Bang, Alter? Wer von uns, Alter? Oh, oh. Wie, Vex? Wem ist der? Ja, du lach 1-1-2, Alter. Wer ist doch gekommen? Ja. Ja, er ist es halt. Ja, er ist es halt. Er ist es halt. Kannst du so reden wie er, Alter? Wie ein Farid, der Strauß im Bang. Okay, falsch. Kannst du so reden wie der Farid, der Banger auf der Straße? Digga. Farid Gang Bang. Farid Gang. Farid Bang, der Straßenbanger. Ne, ne. Es gab nur einen Banger auf diesem Planeten. Kevin. Der fängt mit K an, ja. Guckuckstum. Digga. Ich lache schon wieder, Alter. Ich find die so geil. Digga, will die Zeit auch mal ablaufen? Ne. Ne. Ja, okay. Kevin hat nein gesagt. Es ist so eine unschlüssige Zeichnung. Digga. Digga, was ist das? Ich gleich... Jünger. Was für eine Fehlgeburt ist das jetzt schon wieder? Digga, was ist das? Was soll das sein? Oder ich hab ne Zeichnung von zwei Strichen bekommen, Alter. Soll ich das kommentieren? Ja, oder was soll ich denn machen, Alter? Hier ist irgendwie, keine Ahnung, Digga. Hier sind irgendwie fünf Striche oder so. Der Kopf steckt irgendwie für den Beinen drin. Ja, genau. Was soll das stehen? Digga, ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll. Lache, Junge. Mann. Ich find so geil. Ich bin nicht verandert, was die Person nicht machen wollte. Oh, Alter, da fehlt noch was. Jetzt ist es verflägt. Wo war der? Ne, ne, ne. Ich glaube es. Ey, Jau. Ey, auf einmal ist ein Strich im Auge drin. Let's go. Soll man, sieht man das? Digga, die Sch... Bruder. Ja. Werden wir sehen. Ja, keine Ahnung, Digga. Sehr egal. Das ist ganz, ganz wild. Ja, komm. Oh nein. Was soll das schon wieder heißen? Digga, ich seh nicht mal die ganze Zeichnung. Du hast ein X oder ein V. Junge, wer soll das sein? Digga, was soll ich jetzt hier raus machen? Ich hab ein fucking Mensch bekommen, wo neben Zef steht. Digga, ich seh zwei Beine und den Rest sehe ich nicht. Bin fertig. Ich hab nur ein Oberkörper. Mehr nicht. Jungs, ich bin fertig. Zef, einfach der YouTuber. Ja, der guckt voll schnell, scheiße, scheiße, so Digga, was soll das sein, Alter? Ich versteh's doch auch nicht, Mann Ja, ich bin auch fertig Ich weiß es nicht, Junge Das Ding ist over, da gibt's nichts mehr zu retten Das ist doch so scheiße, Alter, kann ich so mit Farbe, kann ich so mit Farbe, äh, so ist perfekt Ja, komm, komm, machen wir das mal weg, übertreiben wir nicht Nein, der ist doch gut Ich muss doch nicht das nur wieder schreiben Keine Ahnung, Alter Digga Ey, Mann Was ist das denn? Das ist nicht doch meine Scheiße, voll vollständig Nein, ich will nicht die ganze Ideen, warte Es macht null Sinn, es macht einfach keinen Sinn Digga, dieses Spiel, also die Ey, dieses Spiel ist geil Wo, wo besteht das? Ich seh nur, ich seh nur Kevin, ähm, Müsli-essende Kevin durch die Gegend laufen in dem Game Oh nein, ich weiß nicht, was ich gemacht hab, ich hab irgendwas gemacht Ach, das ist richtig Ach, das ist ja wieder Naah Ist das nicht sogar meins? Ich glaub, ich hab meins wieder Hä? Ich glaub, ich hab meins wieder Was ist das jetzt? Ist das ein abgecrackter Mensch, der irgendeine Behinderung hat? Digga, mach das doch weg Ach stimmt, geht ja nicht, ne? Ja, stark, warte mal Das ist so... Oh mein Gott Äh, eh, 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 eh Ist das einfach so dumm? Ich... Ich bin so miserabili, genau Geht's euch gut? Hm? Nein! Ich find alles in den Bach runter, alter Wieso haben die alle lange Haare, weil wir... Jürgen, ich hab als nächstes irgend so'n abge-crackigen Cracky bekommen. Ich will nur verheißen, Mann, dittchen. Oh, come on. Na, hier, fertig, Alter, ich kann nicht mehr. Ja, denkst du nicht? Was ist denn? Was zum Fick hab ich gemacht, ey? Es ist endlich vorbei, danke. Es sollte eigentlich was anderes sein. Ich glaub, diese Folge endet sehr bombastisch. Es sollte eigentlich ne Luke sein, dass da einer durchfängt. Das sieht nie so aus, ne, ich dachte, das wär was anderes, aber, ne. Alter. Ah, da kommt eine schöne Zeichnung. Oh mein, ich bin glaub ich der Letzte, der das gezeichnet hat. Bam. Nein. Nehmeh. Ich weiß nicht, was zum Fick ich gemacht hab, ey. Fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht. Ey, Lika, was ist das? Ja, der ist ja wirklich ein fucking Among Us Charakter. Oh, geil. Oh, was ist das, ich weiß, Lika. Und ein Auge. Oh. Ey, Bruder, weiß ich ja ehrlich nicht, ne. Äh, die, 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 die. Du brauchst Hilfe Digga Ich hab grad so gesagt, ich hab so übelst ver-crack'n-cracky bekommen Ich bin so krack'n Ich bin so krack'n Der war aber meine Zeichnung Digga Boah Ah, das war's so, Junge Ey, weißt du, meinst du damit den YouTuber, Seth? Nein, ich war so die Legende Servus, Leute Servus, Leute Ich... Metal, Leute Digga, was... Metal, Leute Ist Bake Elon dein Lieblingslied? Da geh ich ab, Leute All dieses Main-Theme, wenn ich das höre Boah, da geh ich ab, Leute Boah, da geh ich ab, Leute Oh, nee Ey, Gruß geht raus und Kevin legt da die Legende höchstversinnlich Ja Nimmst du immer die Gruß Ich war auf die auch einmal, wenn wir bei dir sind Ja, äh, ach, geil Gut, wenn ich's sagen, warst du mit deiner, äh, ja, nicen und, ja In eine bombustische Folge Ja, wirklich, wunderschön diese Folge Schaut doch, schaut doch bei den anderen Legenden vorbei, besonders bei Kevin Und bei mir gerne auch Nö Äh, 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 äh Dich hat keiner gefragt Ich hab doch einfach einen guten Kurs Ja, gut, hab ich's sagen Bis zum nächsten Mal, haut rein Und tschau Tschüss, tschau Jön Und tschau Jön Jön Bis zum nächsten Mal.